Bei ihren Ermittlungen zum Hergang eines Verkehrsunfalls bekommen es die Polizeioberkommissare Jan Tönnissen und Thomas Tschech mit einem sehr brutalen Straftäter zu tun. Egon 1424 von Egon. Oh, ich glaube, das sind wir, ne? Ja. Egon für den 1424, komm. Krefelder Straße vor der Hausnummer 42, gemeldet VUP, RTW rollt, die Melderin ist vor Ort. Egon 1424, verstanden, Sonderwege, Rechte frei? Ja, trage ich so ein. Verstanden. Auf einer Kreuzung in Duisburg-Hamborn sind zwei Fahrzeuge kollidiert. In der Vernehmung mit der Melderin wird deutlich, dass die Polizisten hier nicht nur einen Unfall aufklären müssen. Ich habe Sie angerufen. Mir ist dieses Auto gerade reingefahren. Reingefahren? Jemand verletzt? Ja, okay. Ich meine, okay, aber da sitzt noch einer drin. Ich weiß es nicht. Da war noch ein anderer, der ist abgehauen. Entschuldigung, Sie sind verletzt, ne? Sind Sie ansprechbar? Ja. Können Sie mich verstehen? Ich bin vor der Polizei. Okay? Ja? Geht es Ihnen soweit gut? Ja, da war noch einer. Ich bin Hebamme, ich bin auf dem Weg zu einer Patientin und der kam hier angerast. Ich habe noch versucht, da auszuweichen. Ich wollte Sie benachrichtigen. Der hat mich angepöbelt, hat rumgeschrien, wollte die Polizei nicht rufen. Er hat irgendwie eine Tasche genommen und ist abgehauen. Für die Suche nach dem Flüchtigen fordert Jan Tönnissen Verstärkung an. Der Beifahrer gibt an, den Fahrer nicht zu kennen. Auf weitere Nachfragen verweigert er die Antwort. Sein Verhalten wirft bei den Polizisten Fragen auf. Wie ist das denn mit der Versicherung? Das klären wir gleich alles im Nachhinein. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns um die verletzte Person kümmern. Ja klar. Und wir haben einen Flüchtigen wahrscheinlich. Ich habe gedacht, die Dame war sie. Dunkle Kleidung, aber mehr... Dunkle Haare. Der hat, weiß ich nicht, Mitte 30. Vielleicht hat er eine Tasche aus dem Auto genommen. Wie groß ungefähr? So groß. So wie wir. Sie ungefähr, also normal groß war der. Dass der Autofahrer mit einer Tasche geflohen ist, kommt den Polizisten sehr verdächtig vor. Sie veranlassen deshalb sofort eine Überprüfung des Kennzeichens. Wenig später überschlagen sich die Ereignisse. Was ist mit ihm jetzt hier? Im Moment haben wir eine Platzwunde. Wir haben das Technik angelegt, vorsorglich. Ja, hallo. Schmerzen im Bein, aber ich mache jetzt gleich nochmal einen Bodycheck. Seine Augen hat der schon mal wieder so ein bisschen unter Schock oder so, ne? Ja, das kann sein. Ja. Wir gucken jetzt gleich wieder. Meinst du, wir können den nachher nochmal... Ja, soweit verstanden, Egon. Hörst du mal gerade? Ja. Eine Sekunde nochmal, wir kommen nochmal auf euch zurück. Ja. Egon, 1424 von Egon. Ja. Komm. Ja, das Auto ist gestohlen gemeldet von einem Herrn Bauer und zwar, wo er es heute Vormittag in Bottrop entwendet. Ja, soweit verstanden. Wir klären hier jetzt noch weiter auf. Ich komme jetzt gleich auch mit einer Personenfahndung. Ich muss das Auto mal angucken. Ja, Egon, so verstanden. Hier vorne liegt eine Waffe im Fußraum. Okay. Das ist was für euch. Guckst du mal bitte direkt nach? Guck mal bitte hier vorne rein. Ja, ja, okay. Thomas Tschech ermittelt, dass es sich bei der sichergestellten Waffe um eine Gaspistole handelt. Auch davon will der Beifahrer nichts gewusst haben. Noch ehe sie ihr weiteres Vorgehen abklären, werden sie böse überrascht. Sie hat irgendwie Kohle in der Hand, ne? Beim Anblick der Polizisten tritt die Frau sofort die Flucht an. Doch weit kommt sie nicht. Was machen Sie denn mit dem ganzen Geld? Ja, ich will mir ein Auto. Also ich muss einen Mann bringen wegen dem Auto. Und da laufen Sie jetzt am helligsten Tag mit der ganzen Kohle über die Straße? Ja. Ja? Ja, sicher. Ich muss ja das wegen dem Auto kaufen. Ja, und wo haben Sie das Geld jetzt her? Ja, das habe ich bekommen. Ja, die Person, die hat ein ganzes Packen voller Geld mit, wie man hier unschwer erkennen kann. Und die teilte uns dann mit, dass sie mit dem Geld irgendwie mit ihrem Mann und ein Autokauf und irgendwie sowas, also ziemlich wirres Zeug. Das machte für uns vorne und hinten keinen Sinn. Und auf näheres Befragen stellte sich dann heraus, dass das Geld wohl dann von ihr aufgefunden wurde. Ja, andere Leute haben sich das auch da vorne geholt. Wo, andere Leute? Da an den Container. An was für einem Container? Ja, hier vorne an dem Container. So, da kommen Sie mich jetzt noch. Ja, dann bleiben Sie mal bei dem Kollegen. Noch ist unklar, warum an dem Container Geld liegt und ob es einen Zusammenhang mit dem Unfall gibt. Zunächst müssen die Beamten deeskalierend eingreifen. Hey, 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 hey Frönchen, hey, hey, hey Frönchen, hey, 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 Hey Frönchen, hey, hey, Hey Frönchen, hey, 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 ball. Das ist mein Geld. Die Flasche weg, sofort die Flasche weg. Dr report da. Nichts. Weg auf die Seite. Flasche weg, sofort die Flasche weg. Weg. Das können wir gar nicht an. Das können wir gar nicht? Die Polizisten vermuten, dass es sich bei dem aggressiven Mann um den flüchtigen Unfallverursacher handelt. Auch aus Gründen der Eigensicherung legen sie ihm Handschellen an. Bei der anschließenden Spurensicherung decken sie eine weitere brutale Straftat auf. Okay, was können Sie dazu sagen jetzt hier? Nicht viel. 900 Geld fliegt hier scheinbar an die Vormümmel, ne? Ich kam um die Ecke, bin auf dem Weg, Prospekte verteilen und lasse das Geld hier rum. Okay. Hab ich aufgehoben, wenn das so rumliegt, ne? Ja, das lassen Sie auch mal bitte jetzt da an der Seite stehen. Ja, aber ich muss auch weiter, ne? Sie müssen jetzt erstmal gar nichts, Sie müssen genau wie alle anderen auch einfach hier stehen bleiben, ja? Und uns bei unserer polizeilichen Maßnahme helfen, wenn möglich, das wäre in dem Fall das Beste. Ja, aber ich muss den Termin rufen. Ja, das ist kein Problem. Sie halten sich bitte auch noch bereit. Ja, 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 das hab ich gefunden. Ich wollte nur Flaschen sammeln und ja, und hab dann durch zufälligerweise das Geld gefunden. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist in der Tasche diverses Geld deponiert. Wir haben hier Handschuhe drin, zwei Sturmhauben und auch noch einen sogenannten Totschläger. Das heißt also, da deutet alles irgendwo auf eine Straftat hin, dass hier zumindest irgendwo die Vorbereitung einer Straftat oder sogar schon das Ausüben einer Straftat im Raum steht. Und deswegen hab ich da die Leitstelle nochmal angefunkt. Ich hab heute Morgen einen Raubüberfall auf dem Taxiunternehmen in Bottrop. Mitten im Totschläger ist da wohl agiert worden. Das ist zweifach schwerere Körperverletzung, sprich Raubüberfall auf dem Taxiunternehmen. Dabei wurde Geld erbeutet, ungefähr 14.500 Euro. Und die Täter, wie gesagt, waren mit Schlagstock bewaffnet und waren schwarz gekleidet mit Sturmmasken. Zwei Täter. Ja, Egon, verstanden. Das passt natürlich dann absolut wie die Faust aufs Auge hier auf unseren einen Verletzten, den wir haben. Und natürlich auch auf die Täterbeschreibung des zweiten Verletzten. Und alles andere deutet auch mehr wie darauf hin, zu dem auch der Wagen hier in Bottrop entwendet wurde. Insofern, denke ich, haben wir hier zumindest schon mal einen Teil der Sache aufgelöst. Der Flüchtige streitet ab, in den Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Nach Sicherstellung des erbeuteten Geldes veranlassen die Polizisten eine Gegenüberstellung mit der Unfallgegnerin. Schauen Sie mal. Ist das der Herr von Polizien? Ja, das ist der. Das ist doch die Tasche. Auf jeden Fall. Der hat mich angeschrieben. Das ist mein Mann, deine Scheiße. Ja, außer irgendwelche Beleidigungen und Beschimpfungen konnte der nicht viel abrufen, jedenfalls nichts abrufen, was für uns interessant gewesen wäre. Ist ein gutes Recht, sicherlich, kann er machen. Ist aber nicht gut für sein eigenes Konto. Das wird ja alles von uns dann halt dokumentiert. Und dann wird es hinterher vielleicht vor dem Richter ein bisschen übler werden, als es sonst gewesen wäre. Okay. Ja, der Brenner sagt nach wie vor, dass er nicht weiß, wie die Pistole in den Beifahrerraum gekommen ist. Und des Weiteren, er ist per Anhalter eingesammelt worden von dem Verdächtigen. Und sonst hat er keine weiteren Auskünfte gegeben. Ja, ich meine, ist das ein gutes Recht. Nichtsdestotrotz weise ich darauf hin, dass Sie hier dringend tatverdächtig sind, ja, an einem Raubüberfall mitgewirkt zu haben. Und insofern sind Sie auf jeden Fall, was das angeht, erstmal auch vorläufig festgenommen. Sie können natürlich mit der Polizei kooperieren, ja, es wird Ihnen mit Sicherheit zugutekommen, aber wie gesagt, Sie müssen nichts dazu sagen. Okay? Haben Sie das soweit verstanden? Ja. Okay, gut. Dann sind wir hier soweit erstmal durch. Ich bleib bei Ihnen. Alles klar. Ja, super. Okay. Ja, und den anderen, mit dem werden wir uns dann, ne? Ja. Wir haben jetzt ein bisschen was zu schreiben, Kollege. Aber da bleibt ihr nicht aus. Ja. Ne? Alles klar. Die weiteren Ermittlungen zeigen, dass der Flüchtige die Beute vor der Polizei verstecken wollte. Bei seiner geplanten Rückkehr zum Unfallort war die Polizei schon vor Ort. Er machte Kehrt und ertappte die beiden Männer mit dem gestohlenen Geld. Für uns geht der ganze Vorgang jetzt so zu Ende. Indem wir jetzt hier dementsprechend zwei Absteckwagen bestellen, weil beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, also nicht mehr verkehrstauglich. Das Fahrzeug wird sichergestellt, das genauso, weil es dementsprechend mit der Tat auch zu tun hatte, ja. Und alles weitere wird dann die kriminaltechnische Untersuchungen ergeben. Und wir werden jetzt hier dementsprechend einen Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht schreiben. Werden uns dann auch nochmal mit den Kollegen in Bottrop kurz schließen, weil die haben da schließlich einen schweren Raubüberfall zu verzeichnen, für den sie dann auch wiederum was schreiben. Und da werden wir dementsprechend kommunizieren. Die beiden Täter müssen sich für Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Kfz-Diebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Der Flüchtige erhält außerdem eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Haftrichter ordnet für beide Untersuchungshaft an. Die drei Geldeinsammler werden wegen Unterschlagung belangt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017